Wie schnell kann aus einer Wolke ein Gewitter werden? Wie schnell kann aus einem Lüfter ein schwerer Sturm draus werden? So mannke ist blöd, ich weiß das bald, kann schon bald ein Streit sein. So mannke ist ein Mensch, den man kennt, kann schon bald ganz wer anderes sein. Wie schnell kann so ein Lächeln zu einem herzlichen Lachen werden? Wie schnell kann so ein Lachen zu einem lauten Schreien werden? So mannke Unvorsichtigkeit kann bald eine Katastrophe sein. So mannke Außergeldschlusssatz kann das alles für eine Beziehung sein. Weißt du nicht, wie schnell es geht? Sag, weißt du nicht, wie schnell es geht? Wie schnell kann so eine Meinung gegen andere austauscht werden? Und wie schnell kein Problem unter den Teppich reingekehrt werden? Wie viele Vorsätze habe ich schon aus mir verdrängt? Wie viele Töne habe ich schon an den Nagel gehängt? Weißt du nicht, wie schnell es geht? Weißt du nicht, wie schnell es geht? Auch wenn man heut nur drüber redet, weißt du nicht, wie schnell es geht? Weißt du nicht, wie schnell es geht? Wirißt du nicht, wie schnell es geht? Wie schnell er in die Leitlinie ist, Weißt du nicht, wie schnell es geht? Weißt du nicht, wie schnell es geht? Sag, weißt du nicht, wie schnell es geht? Auch wenn man heut nur drüber red, weißt du nie, wie schnell es geht? Weißt du nicht, wie schnell es geht?